Der Watzmann thront über Berchtesgaden, Ankunft in St. Bartolomé. Die Kapelle von St. Bartolomé. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Rundgang in St. Bartolomé. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Königsee aus dem Bereich von St. Bartholomä Herrlich, 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 herrlich. Schön Grasklar, ne? Der Königsee aus dem Bereich von St. Bartholomä Untertitelung des ZDF, 2020